Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier meine lieben Schlawiner bei Kernölmediziner. Wir starten das nächste Spiel bald gleich rein, aber bevor wir dagegen sind 1000 Antreten, werden wir natürlich ein bisschen Training beginnen und zwar, da ist die Langfristigkeit draußen. Wir wollen das Angriffsspiel wieder erhöhen und in den Hauptfolgenden wieder die Intensität erhöhen. Ja und dann gehen wir noch auf die Übersicht der Mannschaft. Da wollen wir ein bisschen die Herrschaften loben. Ah ja, ihre Vorstellung hat mich beeindruckt. So, jetzt ist Schwebe ein bisschen unten am Boden zerstört. Hilft alles nichts. Scoutbericht über Sandhausen. Henning, glaubt der aktuelle Fokus-Angriffsspiel sei eine gute Spielvorbereitung für den Gegner im Hinblick auf diese Anfälligkeit in der Defensive? Ja, das haben wir eh schon eingestellt. Scouting-Update in der Schweiz. Sucht momentan keine interessanten Spieler entdeckt. So, schauen wir mal kurz, was er für Berichte hat. Doch, Grisha Prömer, Ingo Litsch, Marco Greins, Albin Garz, der schaut auch nicht schlecht aus. Ist aber Österreicher und Peter Buster auch. Marco Greins, das sind österreichische, okay. Scouting-Aufträge und Bericht überlaufen des Scouting-Aufgaben gibt es leider nicht. Übersicht, so, Scouting-Update in Schweiz. Ja, gibt es keine. Wir werden weiterhin auf der Suche bleiben hier. Hoppala. Wir werden weiterhin auf der Suche bleiben hier. So, ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie. Ich hoffe, euch gefällt das ganze Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr zufrieden seid, ich würde sagen, dass wir eine ausgezeichnete Chance haben. Ja, genau, das haben wir natürlich. Wir sind Tabellenführer und ich hoffe, das bleibt so in der zweiten Bundesliga. Überzeugt vom Sieg. Braunschweig gegen Aue spielt hier auch. Braunschweig gewinnt mit 1 zu 0. Wir bleiben trotzdem Erster. Was steht da? Steht nicht in der ersten Mannschaft. Nicht spielberechtigt, okay. Aber Pilz wäre spielberechtigt. Den könnten wir mitnehmen. 45 Minuten und er auch 45 Minuten. So, Gogia ist normalerweise wieder fit. Niklas Hauptmann auch. Gehen wir mal zur Team-Auswahl. Und Gogia bekommt eine Pause. Dafür wird Ausmann mal eingesetzt. Perko kann hier gar nicht verwendet werden. Aber dafür ist hier Ballas mit der roten Karte gesperrt. Jetzt müssen wir schauen, wenn wir da einsetzen können. Sascha Doom könnte da bestens auf diese Position passen. So, wenn haben wir da noch Konstantin Kirschbaumer. Den nehmen wir natürlich auch mal wieder mit. Statt Berko, Paris-Atik. Dem Torwart geht es nicht so gut. Ich möchte dem irgendwie sagen, haben wir einen anderen Torwart. Und wir könnten versuchen, Kornetzki einzusetzen. Oder Pascal Wiener. Schwebe. Egal. Lassen wir Schwebe drinnen. Schauen wir uns das an. Ein Spieler braucht eine Rückennummer. Ganz klar. Autonummerierung und Nummer abgeben. Perfekt. Die Spieler machen sich gerade warm. Einen Moment Geduld. Das dauert doch etwas länger. Aber nicht so lange. Wir sind hier mit drei Punkten vorne. Könnten das alles wieder aus der Hand werfen. Ratschläge umsetzen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier hinten machen können. Knaller ist ein österreichischer Torhüter. Tim Kister. Daniel Gordon. Gehen wir pressen. Alle auf schwache Fuß. Schauen wir uns einmal die erste Halbzeit an. So. Das sah extrem begeistert aus. Ja. Für einen Torhüter wird es halt ein Problem mit seiner Moral. Und wir haben einen verletzten Spieler dabei. Das haben wir völlig übersehen. Vielleicht hält er ja ein bisschen durch. Kann man da den Ton einschalten wieder? Der Ton dürfte doch eingeschaltet sein. Okay. Fledl mit einer weiten Flanke. Wow. Das war ziemlich knapp. Hauptmann hat nur 75% Kraft. Schade. Hauptmann. Der hat es gleich mal versucht. Sehr schade. Das Ganze. Knaller mit dem Abstoß. Der geht irgendwo hin. Und Elias holt sich hier die Kugel. Lambertz wieder. Schöner Pass. Elias. Elias. Was für eine Chance. Gibt es ja nicht. Kulowicz. Wo ist der Ball? Also der war im Eckball draußen. Ich dachte Kulowicz hat hier den Ball. So. Gibt es nicht. Wir müssen aufpassen, dass man dann nicht allzu sehr in Konter geraten. In den anderen Partien steht es nach sieben Minuten noch immer 0 zu 0. Was für eine Chance hat man. Lambertz. Müller. Da wird sehr gut und intensiv gearbeitet. Aber passieren tut hier nichts. Jetzt kommt mal der Rückpass. Und damit hat sich Sandhausen ein bisschen hinten abgesichert. Aber wie ihr seht. Wir sind immer in Angriffsmodus. Lambertz. Ausmann. Elias. Schöne Flanke. Auf Kreuzer. Lambertz. Hauptmann. Wieder Lambertz. Aber der versucht immer zu schießen. Und dann bleibt er hängen. Ah. Lambertz. Wir müssen hier, glaube ich, Hauptmann dann raus tun. Sonst wird es ein bisschen schlimm mit der Verletzung. Lambertz. Schön gemacht. Schade. 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 Elias wieder. Es wäre mir recht, wenn wir da ein bisschen uns absetzen. Schöner Pass. Was für ein Tor. Elias. Horchel Elias. Von Kapfenberg gekommen. Und ein schöner, schöner, schöner. Schön gemacht. Elias setzt sich hier gut durch. Gefällt mir besonders gut. Das passt natürlich. Weiter so, Jungs. Da können wir den Ton ewig tun. Highlights umfassend. TV. So. Weiter geht's. Kutschke. Schöner Pass auf Lambertz. Lambertz. Aber da steht wieder einer im Weg. Und das schnelle Umschaltspielen der Sandhausener dürfte uns eigentlich nicht zu sehr schaden. Schön dazwischen gegangen. Was ist denn hier los? Lukas Holler. Höhler. Holler. Was auch immer. Was für ein Gegentor. Aber das darf so nicht passieren. Da wäre es intelligent Hauptmann runterzunehmen. Aber solange er noch über 60% ist, können wir das natürlich verantworten. Es geht alles auf die Kappe des Trainers. Jetzt wieder Hauptmann. Schöner Pass. Elias. Elias. Super gemacht. Lambertz. Die spielen sich irgendwie. Da kommt kein Pass an. Sehr schade. Kutschke. Und die nächste große Möglichkeit hier gewesen. Aber Knaller hält hier. Und Hannover führt hier gegen Bochum auch noch. Und das geht irgendwo hin. Vielleicht ein Topperwechsel hinein. Sie haben Moral. Eine gute Moral eigentlich. Ah, da steht einer mitten im Weg. Elias. Kutschke. Elias. Oh. Das hat er sich verdient gehabt. Schade. Und Knaller hält hier. Souvenir. 24 Minuten gespielt. Hauptmann. Nächste Möglichkeit. Gelegenheit. Vielleicht zum Kontern. Da wartet alles. Kutschke. Ausmann. Elias. Kutschke. Und die nächste Gelegenheit. Aber der geht etwas weiter daneben. Das war mehr ein Luftball als sonst irgendwas. Und darauf müssen wir aufpassen. Aber Hola ist hier super gedeckt. Für Abseits sind wir ja ganz gut. Kreuzau. Ausmann. Wieder Kutschke. Aber der Ball geht irgendwo hin. Das ist sehr schade. Diese Bälle sind sehr schade. Achtung. Klangmann. Und da hält sich Hartmann den Ball. Holt sich Hartmann den Ball. Elias. Hauptmann. Müsste den weiterspielen. Aber der ist auf seine Verletzung zu sehr konzentriert. Kommt mir vor. Mittlerweile ist er der Wundepunkt. Aber ich glaube, dass er da noch aushält. Und die nächste Riesengelegenheit. Ausmann. Stark gemacht. Der schert sich gar nicht zum Ball laufen. Schade. Da hält nur einer hinten die Linie. Faul von Stefan Kulowitz. Das muss eigentlich Gelb geben. Gibt es aber gar keine Karte. Hätten wir das gemacht. Wäre es Gelb geworden. Hartmann. Da wird er von hinten reingerutscht. Meine Herren, Harnik hat im letzten Spiel so ein Foul zugesprochen bekommen. Zwar keinen Elfmeter. Aber ja. Das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen. Achtung. Kutschke. Kutschke. Kommt hier zur Chance. Aber rollt den Ball nur aufs Tor. Heidenheim ist der erste Verfolger. Der führt, glaube ich, die Heidenheimer. Und die nächste Gelegenheit aber Schwebe hält hier. Hannover. Heidenheim führt mit 1 zu 0 gegen die Kickers Würzburg. Aber es ist Abseits gewesen. Ja. Obwohl der Pass gar nicht ankommt. Meine Güte. Was ist hier los? Hausmann stand niemals im Abseits. Höhler. Schön abgenommen von Hauptmann. Der ist zwar verletzt, aber er schafft es immer wieder. Gehen wir aus dem Abseits raus, Elias. Heiße. Lumpi. Kutschke. Jetzt muss das schnelle Werkel funktionieren. Wieder Elias. Schade. Knaller. Bis zu 9 Minuten müsst ihr noch durchhalten. Dann werde ich ihn runternehmen. Wäre, glaube ich, intelligenter. Da schläft er wieder. Schade. Cooler Witz. Kosecki. 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 Kosecki, ja. Und jetzt? Ach, da geht die Weitungen. Gibt es keine Karte, Gott sei Dank. Sonst wäre ich ausgerastet. Müller. Müller. Ausmann. Hauptmann. Kutschke. Lamperts. Und wieder der nächste Fehler. Das muss schneller gehen. Wir müssen diese Abwehr schön überspielen. Oh, Elias. Nächste Chance. Heiße. Wir spielen hier fast gegen den Tabellenletzter. Lumpi. Ausmann. Schön gespielt. Kutschke. Und keiner schießt hier. Doch. Und das ist die nächste Ecke. Wie sieht es an 1.000 aus? Ist auf dem 16. Tabellenplatz. Gut zu wissen. Den hat wieder einer unsriger. Fehlpass. Da kommt der Pass jetzt doch noch rein. Der ist hinten als letzter Mann drin. Das ist auch nicht schlecht. Die zwei stehen sich mitten im Weg. Es sind 40 Minuten bereits gespielt. Und das ist der nächste Fehlpass. Das gibt es nicht. Hält eigentlich ganz gut durch mit seinen 50%. Kutschke. Und die nächste Ecke. Und wie wenig Zuschauer man hat, sieht man ja bei Sandhausen. Schade. Wieder nichts. Nächste Gelegenheit. Kutschke. Schöner Pass. Hauptmann. Hauptmann. Kutschke. Wieder Hauptmann. Die spielen sich hier vorne. Richtig toll. Hausmann. Schade. Eine Minute gibt es oben drauf vom Schiedsrichter. Konstantin Kirschbaumer oder Baris Attik. Wir geben Baris Attik rein. Sagen der Mannschaft, dass sie Gas geben soll. Seht angespannt aus. Alles klar. Seht begeistert aus. Funktioniert ja. Den Goal geben wir vielleicht in Hälfte 2 raus. Niklas Hauptmann. Baris Attik. Aha. Was ist jetzt los? Es wird doppelt angezeigt. Interessant. Seht ihr das? Es wird die ganze Zeit angezeigt. Da hängt das Spiel ein bisschen aus. So, jetzt sollte es mal soweit sein. Sehr interessant, was hier abgeht. Wir sind bereits in der 5. Aha, sehr interessant. Es hängt das Spiel ein bisschen aus. Achtung. Geht das nicht mehr weg? So. Jetzt dürfte es mal weg sein. Und wir stellen hier gegnerische Anweisungen ein. Wir geben hier enge Mann Deckung raus. Pressen die Herrschaften außerdem. Zwingen den Torhüter auf schwachen Fuß. Den hier auch auf schwachen Fuß. Oh. Da ist ein Tor für uns gefallen. Das ist auch nicht schlecht. Ausmann. Schauen wir uns kurz einmal die Wiederholung an. Was ist hier passiert? Kreuzer. Kurz. Geil. Oh, schöner Pass. Ausmann ist ja wirklich ganz gut reingekommen. Und da steht es 2 zu 1. Kleine taktische Umstellung. Taktische Verfeinerung. Korsetsky wird hier rausgenommen. Und daher werden wir jetzt auch noch diesen Herrn hier decken mit enger Mann Deckung. Wugluccia. Schwacher Fuß. Pressen. Und Änderung bestätigen. Dann geht es weiter. Blädel. So was nochmal heißen. Blädel. Nicht schlecht. Blädel. Weg damit. Sehr gut. Da wird niemand mehr rankommen. Und die geben hier Gas. Das merkt man jetzt schon. Was ist da los? So. Da schwitzt man richtig an. Achtung. Weg mit dem Ball. Nur weit weg. Das wäre sehr intelligent. Wenn wir das weit weg schalten. So. Der dürfte rausgehen. Oder? Ja. Der ist rausgegangen. Nächster Einwurf der Sandhausen. Wir kommen überhaupt nicht ins Spiel. Schön gemacht. Paris Attic. Lumpy Lamberts ist auch ziemlich müde. Attic. Heiße. Auf Elias. Lamberts. Jetzt könntest du den Ball spielen. Jetzt könntest du den Ball spielen. Aber egal. Sie probieren es auf die schwierige Art und Weise. Attic. Und jetzt aus Mann. Das muss direkt machen. Das muss er direkt machen. Der nächste Wechsel ist mir aufgefallen. Gegner. Ist hier ein Wechsel entstanden. Jupp. Schwacher Fuß. So. Änderung bestätigen. Schöne Ecke. Aber passiert ist hier nichts. Vorsicht. Wuttmann. Hier ist irgendwie ein Riesen durcheinander. Foul von Bagrada. 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 Jetzt müsstest du mal gelb zeigen mein Freund. Gibt aber nicht. Kommt mir vor. Der Torhüter mit einem weiten Abschlag. Aber das gelandet wieder beim Gegner. Das gibt es ja gar nicht. 60 Minuten gespielt. Elias. Elias. Was macht Elias? Nix. Das war Abseits, oder? Ja. Union Berlin. Kevin Prince Radondo. Auch wieder von Andrew Wooden. Wooden and Trey. Ein Abseits. Ja. Und die Fitness ist im Arsch. Lamberts. Wechseln. Wen können wir da rein wechseln eigentlich? Elias mal raus. Geht nicht. Kutschke auch nicht. Lamberts. Konstantin. Kerschbaumer. Wer hat schon lange nicht gespielt? Stefaniek. Nils Dexera. Gugia. Den würde ich gerne rein wechseln. Achso das ist... Hä? Wir können drei Spieler rein wechseln. Hat er nicht einer verletzt? Hat jemand hier eine Wunderheilung gehabt? Nein. Passt schon. Achso. Kerschbaumer. Gugia. Oh ja. Gugia mit einem Freistoß. Das gefällt mir. Er macht harte Freistoße. Heiße wäre noch eine Wechselmöglichkeit gewesen. Aber... So müde ist er auch wieder nicht. Gehen wir der Mannschaft mit, dass sie sich konzentrieren sollen. Werd kreativer. So und jetzt muss mal was daraus entstehen. Gugia. Schöner Pass. Elias. Wird hier gefoult. Sehr witzig. Sehr witzig. Elias steht hier im Aufsides. 71 Minuten gespielt. Jetzt müsste mal irgendwie ein schönes Kontolchen entstehen. Bevor wir wieder ein Ausgleichstor kriegen. Aber auswärts ist das natürlich schwer. Es gibt einen Eckball. Bochum Hannover. 2 zu 2. Okay. Anschluss-Tefa von Kickers Würzburg. Paris Atik. Jetzt mal mit einer Riesengelegenheit hier auf 2 gegen 2. Paris Atik. Bitter. Ja, jetzt kriegt mal der Gegner die gelbe Karte. Wir haben hier noch gar keine gelbe Karte. So, weiter Abschlag vom Goalie. Man sieht hier, dass wir eigentlich das Spiel beherrschen sollten. Kein Abseits diesmal. Oh, wenn den hier einer erwischt, steht es 3-1. Den Sack zumachen wäre halt sehr sinnvoll. Komm schon, jetzt mach es. Elias. Elias. Warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Tor, 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 Müller. Was für eine schöne Situation. Aus einem Eckball ist bei mir noch nie ein Tor gefallen im Football Manager. Und das ist das 3-1 gewesen. Sehr gut. Noch einmal. Gehen wir Gas, Burschen. Jetzt gehen wir Gas. Wir haben eine super Tordifferenz. Paris Atik. Elias. Was das war, weiß ich auch nicht. Müller. Und sie sind alle komplett geschlaucht. Es ist eine englische Woche. Alle 3-4 Tage ein Spiel. Horror am Höller. Aber da ist nichts passiert. Ihr seht, es sind alle müde. Sehr müde. Klingsmann. Da kann sogar. Was machst du denn da? Runter steht es 2-2. 2-1. 1-1 zu 3. Wir könnten, wenn wir hoffen, auf Kickers Würzburg. Union Berlin wandert wieder nach oben. Könnten wir auf ein 6-Punkte-Absand gehen. Achtung. Oh, schade. Das wäre ein schönes Tor geworden. Kista hat hier die gelbe Karte bekommen. Achtung. Gugia. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass wir da aufsteigen und weiter Gas geben. Sonst macht es auch nichts. Achtung. Wäre cool, wenn wir aufsteigen würden. Achtung. Da müsst ihr aufpassen. Es ist sowieso die 87. Kann aber jederzeit zum 2-2-Tore-Vorsprung geschrumpft werden. Der Ball ist hinter der Seitenlinie. Super. Hätte ich nicht gesehen. Steht da unten immer. Schön aufgelistet. Elias wieder mal. Der verkackt. Der ist jetzt komplett müde. Kershbaumer. Elias. Ja, die sind alle ziemlich müde. Mal schauen, wie viel Nachspielzeit er da noch gibt. Das hätte gelb-rot sein müssen. Meines Erachtens. Achtung. Voten. Voten. Der ging an die Stange. Oder hat er den so souverän gehalten? Dann Respekt. Wow. Dann wirklich Respekt. Sandhausen hat hier gefallt. Ich dachte schon, es gibt einen Elfmeter. Schauen wir mal, wie viel Nachspielzeit er gibt. Lass nur 3 Minuten Nachspiel. Da sitzt einer. So. Elias. Elias. Komm schon. Mach's doch. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Wir sind komplett müde. Aber es gibt wenigstens nur 2 Minuten Nachspielzeit. Und Bochum führt mit 3 zu 2. In der 91. Minute. In der Nachspielzeit fällt hier erst das Tor. Und wir haben auch ein Spielende. Was ein Glück. So. Da brauchen wir nichts mehr weiter sagen. Und wie es aussieht, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte Vorsprung. Das ist schön. Düsseldorf auch 17 Punkte. Nürnberg 14 Punkte. Okay. Dann verlassen wir mal den Spieltag. Jetzt steht alles wieder auf Englisch da. Was ist hier los? Tum feiert sein Dynamo Dresden Debüt. Es wurde erwartet, dass diese Saison ums Überleben kämpft. Nun sind sie nach einem atemberaubenden Start mit Dresden weit davon entfernt. Wie kann es, wie weit kann es ihr Team bringen? Nun ja, wir haben uns bis jetzt selbst überrascht und es ist gewöhnungsbedürftig. Aber die Jungs sind davon überzeugt, etwas Unvergessliches in dieser Saison zu erreichen. Ganz klar. Können Sie das Pech von Stefan Kutschke vor dem Tor erklären? Sogar die besten Spieler haben mal einen schlechten Tag. Das sagen wir nicht. Er war leider nicht gut genug. Oh, das sagen wir nicht. Er hat sich für das Team geopfert und viel beigetragen. Er hat einige Chancen vergehen, aber so etwas passiert. Sind zufrieden mit einem beeindruckenden Resultat und einer Leistung wie dieser. Wir werden hervorragend... Oh ja, passt. Glanzvorstellung von Müller. Da gehen wir gleich mal rein. Gehen wir ein bisschen loben. Spitze. Perfekt. Es ist neun Spiele in Folge ungeschlagen. Ja. Vielleicht schaffen wir mal eine ganze Saison ungeschlagen zu bleiben. Das habe ich... Im 16er habe ich das geschafft. Mit Sturm Graz. Das habe ich leider nicht aufgenommen. 36 Siege. Null Unentschieden. Null Niederlagen. Komischerweise habe ich da nach jeder 1 zu 0 Führung oder 2 zu 0 Führung hinten alles dicht gemacht. Selbst Red Bull Salzburg war da auf Platz 3 in dieser Saison. Sonst wäre er Rapid Meister geworden. Das haben wir dann in die Champions League geschafft und dann ist mir der Speicherstand abgestürzt und dann ist gar nichts mehr gegangen. Weil ich es ja nicht in der Cloud gespeichert habe. Ach ja. Was können wir da machen? Training. Warum sind so viele Spiele hintereinander? Was ist das nächste Spiel? 7 Tage. Wir gehen da Fitness trainieren. Wäre glaube ich ein schlauer Team. Da gehen wir auf Fitness trainieren. Und Hauptfokus gehen wir wieder auf Spieltaktik oder Angriffsspiel. Spieltaktik. Gehen wir da trainieren. Passt. Ja und dann würde ich sagen, liebe Leute, meine herzlichen Schlawiner. Es richtet sich an euch. Ich danke, dass ihr wieder dabei wart. Es hat mich gefreut, dass ihr hier zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach Daumen nach oben. Wenn jemand mal mit mir gemeinsam spielen will, einfach in die Kommentare schreiben. Würde mich über jedes Kommentar auch so freuen. Über jeden Lob, über jede Kritik, was auch immer. Was will ich noch dazu sagen? Ja, schreibt, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.